Was? Hallo? Ja, genau, heute heißt es Titten auf den Tisch. Es hätte vor einer Woche auch keiner geglaubt, dass sie unsere deutsche Trümmer-Truppe heute noch die Chance auf den Gruppensieg hat. Ja, aber dank unseres deutschen Robin-Hulz, die unser Robin-Go, ähm, ja, Goalsins, machen unser Allmann-Adler hoffentlich heute mal schön den Phoenix aus der Asche. Ich glaube ja, unsere Jungs sind nach dem Sieg gegen Portugal so hungrig, die würden sogar ein Bett essen gegen die dicke Erika locker gewinnen. Aber gut, klar, so ein letztes, entscheidendes Gruppenspiel kann mitunter auch türkisch sein. Ja, sieht aus wie ein Sargdeckel, könnte aber auch ein Sprungbett sein. Insofern vermeidet es nicht. Wichtig ist nur, dass wir geschlossen hinter der Mannschaft stehen und sie unterstützen. Hier mit, äh, ja, mit Fahnen oder mit, äh, Dings. Und am Ende erhobenen Hauptwiss und nicht erhobenen, äh, Zeigefingers vom Platz gehen. Insofern, Jungs, haut heute mal ran, ja, zur Not Blutgrächer mit solchen Stollen. Und dann wird es hoffentlich was. Hier mit dem Gruppensieg und, äh, Finale und, äh, Pokal und den ganzen Scheiß. Ja, und wenn nicht, dann unterstützen wir in Zukunft einfach, ja, Belgien, sag ich mal. Ich hab vor dem Fahnen eigentlich genau das Gleiche. Frei nach dem Motto, die Scheiße erinnert sich, aber die Fliegen bleiben gleich. Also, Jungs, viel Spaß, äh, viel Erfolg, äh, gut Kick, euer Bernd. Äh, 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 öh! �